Frequent Traveller TV Themenvorschau. Heute am 14.07.2073, am Tag der französischen Revolution, haben wir wieder für euch eine Folge frisch gepresst. Die Themen, die bis jetzt feststehen sind, die Lufthansa Kurzstrecken sollen gestärkt werden oder auch nicht. Da gibt es aus dem Konzern widersprüchliche Angaben, Kommentare und auch irgendwie Reaktionen. Interessant. Da gab es wohl anscheinend auf Twitter lustige Reaktionen, als man sagte, man wollte mehr Kurzstrecken machen. Dann feiern wir heute natürlich Tag der französischen Revolution. Wir werden fünf Kanalmitgliedschaften verschenken. Also immer schön kommentieren und Ausschau halten nach der Kanalmitgliedschaft. Da könnt ihr diese nämlich gewinnen. Wir mussten dafür extra eine neue Kategorie kreieren, weil YouTube da sagt, man darf nicht aussuchen, welche man sponsern möchte. Hey, wenn YouTube das so möchte, dann müssen wir das so machen. Also es wird eine ich bin dabei Kanalmitgliedschaft geben. Die wird jetzt dauerhaft eingeführt und die könnt ihr dann für einen Monat gewinnen. Länger geht leider auch nicht. Schaut auf YouTube nach, was ihr dafür tun müsst. Ihr müsst da irgendwas annehmen. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Lasst es uns heute testen. Weiter haben wir Themen mit den Klimaprotesten, wo wir einfach sagen müssen, die Sicherheit am Flughäfen, da gibt es den War-on-Water. Cola-Dosen, ein Liter und so weiter dürfen gar nicht mitgenommen werden. Stellen wir uns einfach vor, wenn die Kollegen gestern anstatt Fahrräder mal ein bisschen Sprengstoff mitgenommen hätten, das wäre auch lustig geworden in Anführungsstrichen. Was sind die Top Items, die in Hotels gestohlen werden? Delta Airlines sieht Passagierzahlen im Aufschwung auch nach den Sommerfee. Gestern Abend, ne, gestern, Quatsch, 6. Juli, war ja gar nicht gestern, war der Tag mit den meisten kommerziellen Passagierflügen in der Luft. Ja, der ganze Tag. Also das gab es vorher nie. 134.386 Stück. Deal-Zone-Deal. Lufthansa First Class, Amsterdam nach Bogota, 2.949 Euro. Also, seid heute dabei, gewinnt die Kanalmitgliedschaft, kommentiert, 19 Uhr auf Frequent Traveller TV. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.